Damiel. Damiel ist ein Engel, der den Weg weist. Damiel gehört zu denen, die man anrufen kann, um den richtigen Weg zu finden. Man findet in den Psalmen, O Gott, sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Und diese göttliche Kraft, die einen leitet, kann man verkörpert sehen in Damiel.